Wenn vom Dirk-Müller-Fonds die Rede ist, dann meinen die meisten Menschen den großen Fonds von ihm. Allerdings hat er auch noch einen zweiten Fonds und hier stellt sich die Frage, läuft dieser denn besser? Ist er damit erfolgreicher? Nun, wir sehen es uns in diesem Video an. Zunächst aber nochmal ganz kurz zum großen Fonds, denn groß muss ich hier in Anführungszeichen setzen. Das Fondsvolumen beträgt nur etwa 333 Millionen Euro. Also in der Fondswelt ist das ziemlich klein, verglichen mit dem zweiten Fonds von ihm ist es allerdings ziemlich groß. Die Performance ist auch ziemlich klein, zumindest für den großen Fonds. Hier habe ich einmal den Kursverlauf auf Maximum gestellt und seit Auflage sind wir jetzt bei minus 15,6%. Bei dem großen Fonds von ihm, der als defensiv bezeichnet wird, setzt Dirk Müller eine Menge an Absicherungsstrategien ein, um, falls es einen Crash gibt, diesen nicht mitzunehmen beim Kursverlauf. Diese Absicherungen haben ihm viel Kritik eingebracht und haben auch maßgeblich dazu beigetragen, dass die Performance von diesem Fonds so katastrophal ist. Vor etwa einem Jahr hat Dirk Müller noch einen zweiten Fonds aufgemacht, der nicht defensiv ist, wie dieser hier, sondern der offensiv ist, wo man also weniger oder gar nicht auf diese Absicherungsstrategien setzt. Und das ermöglicht uns jetzt eine sehr einfache Analyse. Wir können jetzt nämlich ganz einfach vergleichen, ob die Aktienauswahl von Dirk Müller eine bessere Performance liefert, als die von breiten ETFs. Und wie war das nochmal? Was hat Dirk Müller über ETFs gesagt? Das Problem ist, ETFs sind dummes Geld. Muss man so sagen, es ist dummes Geld, das völlig unüberlegt in den Gesamtmarkt investiert. Nehmen wir uns also einmal den offensiven Fonds, hier eingeblendet von Finanzen.net und, oh Wunder, da steht ein Plus. Plus 3,6% seit Auflegung, dass es das mal gab. Gut, davon haben nicht viele Anleger etwas, denn das Fondsvolumen ist ultra, ultra, ultra klein. Also wir liegen hier bei 737.804,79 Euro, also nicht einmal eine Million Euro. Aber immerhin, hier ist ein kleines Plus entstanden. Und wie war das nochmal? Dirk Müller hat doch gesagt, dass man selbst denken würde, um sich vom Markt zu lösen. Aber wir machen es bewusst anders, wie viele andere Fonds, die sich trauen, es anders zu machen, selbst zu denken. Eben nicht dumm zu investieren, sondern intelligent zu denken und sich Analysen zu machen. Und sich vom Markt zu lösen, die haben eine sehr, sehr große Chance, besser zu sein als der Markt. Dirk Müller sagt also, selbst denken und sich vom Markt lösen. Gut, schauen wir uns mal an, was bei rauskam. Also, Offensivfonds von ihm 3,6% plus in einem Jahr, knapp ein Jahr, muss man dazu sagen. Im Vergleich zu iShares Core MSCI World, ein Jahr 9,48% plus. 3,6% gegen 9,48%. Eine deutlich bessere Performance vom ETF. Okay, mal eine ehrlich gemeinte Frage an dich. Glaubst du, dass die Fonds von Dirk Müller in Zukunft besser laufen werden als breite ETFs? Schreib es mir gerne unten in die Kommentare. Ansonsten in der Endcard noch die Möglichkeit, einmal den Kanal zu abonnieren oder dir noch weitere Videos anzusehen. Vielen Dank und gerne bis zum nächsten Mal.